Heimbecker, herzlich willkommen zu einem neuen Videovermärkungen, um zu können. In diesem Video gibt es jeden Tag vom 1. bis 25. Dezember ein Unboxing-Video von den Hydraulikbagger. Viel Spaß bei dem Video. Bei den Türchen 23 bei den Hydraulikbagger Adventskalender beinhaltet sich ein weiteres Bordet für den Hydraulikbagger. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt auf meinen YouTube Kanal, abonniert meinen Kanal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Like da oder einen Kommentar, bei dem ich sehr darüber habe. Wir sehen uns im nächsten Video.